Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ich habe aus Versehen einen Kampf gestartet. Und ja, die machen wir jetzt fertig. Jo, wie es sich gehört. Also fressen kann man nicht. Ist jetzt auch doof, weil normaler Angriff von Wiener gibt es ja leider gar nichts. Das heißt, ich werde es mit der Krötenschale versuchen. Jo, und dann tun wir weiter schließen. Wenn es noch notwendig ist. Nö, fertig. Bravo! Gut gemacht. Sehr fein. Jawohl, Freiheit Apotheker lernt. Hu, 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 hu. Level Apriquina. Bravo. Opal, Phönixfeder und ein bisschen über 3400 Kill. So. Äh, ja. Augen drauf, ne? Die Eugleintröpfchen. Da haben wir sie. So, bitteschön. Äh, 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 äh. Könnt man noch einmal zelten, theoretisch. Ach, scheiß da. Tut man nicht, weil wenn wieder dieser eine Malerräuber kommt, ich sag immer Maler, MP-Räuber kommt. Ähm, dann ist wieder alles weg. So. Ja, dieser Rülpsi. Ja. Sie ist schon. Jo, der Rülpsi. So. Wir rüfen Mary, Martin. Äh. Wir machen. Aha, da hat sie meine Augenbläcken schon! Wenn ich im Wild entfalle, dann müssen wir uns kurz warten. Ah, warte. Du kannst noch spielen. Da kommt, dass wir süßige Katzen. Jawoll! So muss das ausschauen. Kröte tolle! Schwach! So, jawoll, ich wusste es. Dem werdet ihr gleich entgegenwirken. Und, äh, ich glaube, du bist Heidel, meine Krüte. Ich bin kein Gewinner. Ich habe vergessen, welcher Sackweiz liegt, die abhängig davon ist, wie viel Leben er hat. Warte, ist das jetzt der Hammer? Nein. Wurscht, machen wir noch mal die Krötenfalle. Und die Spitzen. Siehste? Warneräuber. Die ganze Zeit. Kack, Kerzen. Lebensräuber auch. So. Wirst du hin? Da. Absurdieren, ja. Na. Heilen. Die gute Freya. Außer er tut schon frech. Äh, noch mal die Falle kröt. Ah, jetzt ist er. Na, doch mal. Ich dachte, er geht jetzt heim. Wärts komisch gewesen, ne? Da. Und? Wieder nix. Nix. Gart. Kapi. Das ist ja schon geile Geschichte mit dem Kerl. Oh, not all. Titane ist sauer. Das zahlt sich jetzt ja prima aus. Echt. Gaumens hoch. Wirklich wahr. Ja, jetzt wo er hin ist, ne? Bravo. Wirklich. Super. So. Uhuhu. Level up für Titane. Und für Freya. Sauber. Schön. Perfekto. Ähm... Ich kann mal kurz kontrollieren. Ja, freilich hatte ich das gelernt. Bin ich so ein Schlaufuchs? Nein. So. Ähm... Immer regener. Gibt's zweimal, ne? Aha, ja. Dann sind wir schon fertig. Aber... Aber ich würde sagen, immer wieder. Oder? Immer wieder. So. Tapp, 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 tapp. So. Und werden geht's. Jou. Äh, der Rülpsi. Bist der Maul gerufen? Ja, ja. Wir rufen niemanden, weil ich vergesst habe Mana zu tanken. Der hat wieder ganz schlau. Das verbittert, dass der Schlauber ist. Die wollen Kaffeein einsetzen. Was? Ey, ja. Das war Stipitzen. Ja, genau. MB und HB wegnehmen. Das ist vielleicht so schlecht. Ja, die Steine stipitzt. Sehr gut. Wir tun wieder heilen. So. Ja, das war alles Schlecht-Damage. Die Falle krüllt. War das der Kürblitz? Na, nicht vergessen. Was das war? Na, doch, das war jetzt immer. Äh, Kürbisfalle? Kürbisfalle war es. Ach, da macht die ganzen Krückenfalle mir Schaden. Die Kürbisfalle. Okay. Wie war das? So, kurz warten. Ja. Wie geht's? Wird jemand krank? Na, er schwebt. Er schwebt. Ja, das schwebt. Können wir noch irgendwas heilen? Wird jemand heilen? Ja, keine Heilungen. Aber wer ist auch bekannt? Ja. Keine Ahnung, ob es schon ein Habe-Nichts ist. Oh, oh, oh. Jetzt wäre die Kürbisfalle gut. Verhältlich? Ja, ein Habe-Nichts. Ein Habe-Nichts. Ja, natürlich wird sie krank. Scheiße. Jetzt geht er schnell ein. Ah, 224 Schaden. Was? Okay, vergiss es. Vergiss es. Weg mit dem Punkt gezäferbar. So. Kürbisfalle ist gleich Kacka. Oh, gut. Krötenfalle ist gleich Kutt. Gut. Ich glaube, ich lasse mich nicht mehr. Und? Oh, schade. 3.800 Gil. Also drüber. Und Jadestern haben wir kommen. So. Wir brauchen ein Bahnen. Das heißt, das Zelt hinein. So. Das Zelt. Speichern. Nein, nicht speichern. Zelten. So. Tch. Hm. Speichern. Ja, können wir eigentlich auch. Kann man eigentlich auch, wenn wir schon da sind. Ja. Ja. Und den da. Passt. Und nix mehr tun. So. Danke dir. So. Bitte hin und her. Lauf, lauf. Ei, gut. Nichts mehr lernen können, oder? Und so? Du kannst eigentlich... Das ist schon mal fertig. Natürlich kannst du was lernen. Und die Eiko kann nichts mehr lernen. Überhaupt nicht. Fast, Reflect, genug kannst du lernen. Genug? Nichts, wir nicht blöde. So, wie schauen wir da aus? Der Quina hat noch mit dem Gemeinstieg... Ah, nein, der Pflicht, der braucht gar nichts mehr. Äh, Zitane ist bei dem. Bei dem ist, glaube ich, auch alles schon fertig, ne? Um einen neuen Gegenstand irgendwie dazu bekommen, von den anderen. Na. Da wird's auch nicht besser. Da wird's auch nicht... Ich werde wahrscheinlich den Schattenhut nehmen, weil ich glaube, Beatshut und so haben wir, glaube ich, nur einmal. Das wäre jetzt echt doof, wenn das noch mal lernen könnte, wenn ich das, äh, verschwitzt habe. Blitzkappe, Auge im Auge, bester Dürmer. Aha, das sind schon Fähigkeiten, die die Leute eigentlich können, sollten. Wadda ist genug. Gleich haben wir's geschafft. Quina ist eh schon auf dem Vormarsch. Gleich haben wir's. Und? Wadda ist genug. Wadda ist genug. Jawohl. Servus, Rülp. 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 Das müsste eigentlich passen. Ich hatte hier eine Besuche, brauche. Okay, wäre jetzt aufgerechnet worden. Das war jetzt gerade mal an der Beschwendung. Das müsste hin sein. Jawoll! Klappt's! Okay! Saubere Arbeit! Wububububu! Wer hat Level-Up erreicht! Alko auch? Ja! Wubububu! Alko hat auch Level-Up erreicht! Super! Super-duper! Super-duper! So! Hin und her! Sehr gut! Jawoll! Der nächste! So! Jo! Wieder Mundgeruch! So! Vielleicht ist es immer wieder schneller! Ah, nicht ganz! Diesmal ist die IQ! Aber diesmal passt! Ah! Kann funkeln vielleicht! Eines probieren! Und ähm... Wahrscheinlich, wenn er schon mal Schaden bekommen hat, wird es nicht funktionieren, denke ich. Wo doch hart eigentlich jetzt mal eine Arbeit schwebt. Das dürfte, glaube ich, gar nicht funktionieren. Jetzt wollen wir mal das andere. Dass er krank wird, also verschiedene Krankheiten hat. Oder Zustände hat, sagen wir so. Ja! Einmal noch Baden einsetzen. Das ist echt teuer! Ja! Ja! So ist es auch! Ja! Ja! Ah, schön! Und die... Noten fallen. Wenn's noch Not ist. Ja, schaut's aus. Wusch! Und? Queena? Mundgeruch nochmal. Okay. Ist da irgendjemand erkrankt? Okay, Freya. Ja, das... Hat sie grad jetzt blöd... Ah! Falsche Taste. Entschuldigung. Boah, das ist Mahner, ne? Falsche Taste. Entschuldigung. Wenn ich mich verdrückt hab. Aha! Ja, gut. Angreifen. Ah, jetzt ist Eigo sauer. Ich kann nix machen. So. Jetzt schauen wir, dass ich klappe. Na, was machst du denn Tag? Keiner. Du heilst den Depp mir. Ja. Ich muss ihm ne andere Gabel geben. Ja, das war natürlich jetzt sehr effektiv. Ach, Wiest. Das war echt nicht schlau. Ach so, ich kann gar nix machen. Ja, muss halt auch abhören. Ja, wie jetzt gesehen. Jawoll. Und, gibt's ein Leben umschauen? Fast. So. Passt. Item. Und zwar die ohe kleinen Tröpfchen für die Freya. Und wir müssen schnell wieder zurück zu unserem lieben Mogli-Kumpel hier. Hallo, Herr Mogli. Bitte zählten. Brav. Gut, das wär's der Weile. Dankeschön und tschüss. So. Abilities, ne? Zitanelein, was könntest du denn? Stärkebonus. Verbraucht eine GmbH und steigert so die Angriffskraft. Dösten, Trefferquote des Gegners wird gesenkt. Herzenstein, fügt Mutzernstein die Menschen schaden zu. Wenn schön. Klaut gleichzeitig auch Gild. Wo gehört? Wenn schon. Auge um Auge. Steigert Wahrscheinlichkeit für einen Konter. Holzauge verhindert Hinterhalter. Thermometer findet Frost und Blut. Gelder Krem bei Flucht und Milbekommen. Insomni erfindet Schlaf. Verhindert Stopp. Fehlkonfusion. Klau und Schaden. Die Qual der Wahl. Ich glaube, ich werde Stärkebonus wählen. Der gefällt mir, glaube ich, am besten. Momentan zumindest mal. Die liebe Aiko. Was können wir denn mit dir darstellen? Oder dir gut, dass du Stopp verhindern? Ja, aber Adrenalin ist, glaube ich, gut. Dann, die Freya. Die haben auch drei Bokelherz und Autopotion. Will ich nicht? Der gute Queen hat ebenfalls drei Bokelherz und Autopotion. Okay, dann war's. Gut. So. Wir landen jetzt unbedingt und haben uns jetzt eigentlich gestorben, dass wir in der Ecke schmarrn. Ja, ja, die stecken wir gleich. Verfehlt! Alles schlecht. Wir rufen. Nochmal. Kann man rufen, wäre cool. Eine Falle, dass wir mit sie macht. Mit sie, mit sie, mit sie macht. Mit sie, mit sie, mit sie. Mit sie, mit sie, mit sie. Sie lebt noch, das ist gut. Ich höre das Falle, wäre vielleicht nicht schlecht. Entschuldigung, ich höre das Falle, genau. Ich höre das Falle, entschuldige. So. 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 Das war nicht gut. Na, das hat sie. Oh, ein Kabusch. Zauber! Jetzt ist es vorbei. Na, bitte. Bitte. Sehr, sehr gut. Wuh, wuh, wuh. Level abfühlen Freya. Quina auch? Nein, nicht ganz. Boah. Ach, herrje. So. Wieder einmal wie gewohnte Augentröpfchen. Ich muss wieder zelten gehen. So, wir gehen jetzt zelten. Jawohl, in der freien Bildbahn in der Natur gehen wir zelten. So, bitte ein Zelt. Jo. Sehr, sehr, sehr gut. Das wär's. Dankeschön. Und tschön. So. Huch. Ne, ja. Falscher Knopf, Entschuldigung. Also Taster soll sie sein, wenn ich Knopf habe. Taster. Schöpfe. Schöpfe. Wenn haben wir denn. Ja, wieder der Rülpsi. Der mag uns gut. Doch. Und wieder Stimmensein. Und wieder... Ich würde sagen. Ich würde sagen. Es ist nicht da. Ich liebe Aiko. Rucht gleich. Ja, zum Eimer kann sie schon rufen. Und jetzt muss man warten. Im Moment der wieder saliviert. Aus. Seht. Versteint. Jetzt wird schon gleich seit der Kale wieder. Und? Ah. Ix ist. Gut. Dann die kleine Kröte. Bap. Und ich bin. Bap. Schade, ist noch nicht kaputt. Ich habe noch jemanden heideln. Für da ein bisschen. Mit einer kleinen Heidl und das Paschum. Und da hat sie ihn gebracht. Sehr gut. Na, jawoll. Wir haben den Abbereich zu gehen. Und Freya hat was gelernt. Schauber, schauber. Schauber ist das. Wir haben viel zu viel Geld. Bitte bald mal Zeit, was auszugeben. Aber das kommt dann auch noch nach Augen drauf. Danks. Da. So. Ja. So, wie wie viel. Äh, anlegen. Die gute Freya. Ihr Auto ist fertig. Und sie ist komplett fertig, ne? Oder? War noch was? Na. Dann geben wir ihr das Kuriel und tauschen die gute gleich mal aus. Die war es voll brutal. So. Mein lieber Herr Mugri. Wir werden noch mal zählen. Bam, bam, bam. Und dann bitte einen flotten Gruppen-Mitglieder wechseln. Freya, es war mir eine Ehre. Sollen wir die Lili-Mitglieder wechseln? Sollen wir die Lili-Maus mitnehmen? Ja. Ich nehm sie mit. Wir tun noch gleich speichern. Obwohl der Part gleich zu Ende ist und das sich nicht auszahlen tut. Und sie echt nicht auszahlen, ne? Aber ich hab immer Angst, dass mir da irgendwas passieren tut. So, da drauf, ja. Das stimmt schon so. Ich hab immer Angst, dass mir technisch irgendwas passiert. Und dann werde ich den ganzen Schmarrn nochmal machen. In dem Fall ist es dann Schmarrn, weil du bist schon so weit. Hast schon die Leute so weit trainiert. Und dann, ach ja, apropos trainieren. Lili-Maus. Wie schaut's aus? Mit irgendwas Neuem? Goldkäppchen? Vielleicht ein Blitzhut oder so? Eine Blitzkappe? Nein. Hier ist auch nix. Der Judo-Kettel gefällt mir so gut, dass keiner anderen will. Ah, da, hier wäre das. Okay, die Federstiefel. Die Part schon schon mal. Gut. So, dann weiter kämpfen. Vielleicht schaffen wir uns ja noch in dem Part, dass Quina fertig ist. Dann können wir die nächste Part schon in Richtung Galant aufbrechen. Weil dann wollen wir ja den Hosenboden versäulen. Jawohl. Und sein Arsch. Die Aiko ruft gleich mal ihren Lieben-Partier. So. Die Judo hier ruft gleich mal ihren, was nennt man, Warmut, was nennt man Barmut. So. Dann wird wieder völlig spitz. Ich weiß, dass sie in ihrem Lieben steht. Und es wird noch ein Scammer-Böte entfallen. Ja. Mega-Flare. Ich glaube, das ist kaputt. Und? Ja. Super gemacht. Bravo. So. Go, 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 go. Level up für Zitane. Sehr gut. Opal haben wir bekommen. Und ein Mission-Kill. Sehr gut. Ba-ra-ba-bam. Ba-ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Wir riefen. Weißt du, was so lustig war? Warmut gleich noch einmal. So, wenn ich was raus mache. Uh, mit Beschwörung. Wie schön. Ich war's. Brutzl, Brutzl! So, das machst du jetzt. Es geht. Wir können angreifen, wenn sie schön wie schön mit Blüten tragen. Wir rufen den Mann. Das war der Stichwitz-Grau. Die Falle grüßt. Ja. Eiko? Jawohl, brav Eiko. Der Ratshaui! Ja! So, Momo! Du kannst das! Wie Momo das kann? Und bis hinten? Nein. Ein Jahr, der Stein für dich die Bitz. Mach mal mit. Oh, eigentlich bin ich schon. Wir nehmen wir den. Nehmen wir den Ifrit. Nehmen wir Ifrit. Wir nehmen wir da. Ich würd sagen, ob wir die 5 oder 5 sind. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Einzusehen. Jetzt hat er es wohl nicht mehr geschafft. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Das ist ja gut. Ich hab's gesagt. Für dich die Bitz. Das ist ja gut. Aber wer weiß, dass wir ihn nicht mehr anbieten. Das ist ja gut. Und er hat auch... Der letzte Kampf für heute. Dann ist Queena nämlich auch Level 50 und dann können wir wirklich morgen, also der nächste Part, zu Galant marschieren. Wie schön. Waren das dann insgesamt, glaube ich, 10 Folgen, was wir gelevelt haben, oder? So. Kaffee. Ich will es mal probieren, ob wir diesen Delta-Angriff irgendwie gehen können. Ich... oh, ich habe der Typ. Ja, die Shuttle steht das. Manche, gut sind sie noch nicht, aber mit der Pizep sie. Der Feen, hier bringt sie es. Sie hat... Nein, sie hat keine Pizep mehr, dass ich lernen könnte, aber dann kommt doch Peska. Na? 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 Na, ich muss mal Barmood probieren und hoffen, dass er kaputt geht. Jetzt schauen, wie jemand krank ist. Und? Ja, kein Delta-Eingriff mehr. So, ist denn jemand erkrankt? No. Das ist schön. Das heißt, röten. Jetzt ist er krank. Lol. Lol. So, Bakzin. An Quina. Ja. Was kleines rufen, will sie denn abwärmen? Wir rufen, da geht ja nichts mehr aus. Hallo. Dann ist muss die Darnera. Nochmal wie ein Kompon. Auf den Quina. Ich habe jetzt nicht krank geworden. Ich fühle mich schon. Wie unpassend. Natürlich. Ist ja geil, ne? Der letzte Kampf. Da machen wir halt noch einen. Oder? Mana? Mana ist scheiße. Weißt du was? Da nehme ich jetzt ausnahmsweise einen E-Tab. So, wurscht. So. Passt. So, der scheiß Virus muss auch weg. Ist denn das die Möglichkeit? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist das die Möglichkeit? Wie gemein ist denn das? Halt. So, den einen Kampf machen wir jetzt noch. So, ich will das fertig bringen heute. Das gibt's nicht fürchterlich sowas. Echt. Ist der Part halt mit Überlänge, aber ich will das jetzt fertig haben. So. Wie gemein. Kaffee. So, ich will das mal mit Leviathan gehen und mit der Rosa. Ich kann's mir nicht vorstellen, aber man weiß. Und, ähm, da müsste sich noch die Kübis... Also, ich sag immer Kübisfalle. Die Krötenfalle müsste ich noch ausgeben. Tsunami. Und, was machst du jetzt die Kübis? Ah, die Krötenfalle noch zuerst. Was machst du? Okay. Wieder abwarten. Was ist das für die Kacken? Die Krötenfalle. Die Krötenfalle. Die Krötenfalle. Die Krötenfalle. Ich suche Kontrolle. Ob er krank ist. Nein, ich suche lieber krank. Was? Wir rufen... Wir rufen niemand. Wir leben. Den Gruppenkiner wieder. So, wir heilen den Gruppenkiner. Nochmal absorbieren. Wir hindern das Kiner auf Internet. Oh, okay, das geht. Jetzt müssen wir den aber umrotzen. Das muss jetzt mal ein urdicke Schritt gehen. So, der ist wieder auf mehr als gelesen. Scheiße. Voll die Überlänge. Tut mir leise. Schlimmer als sonst. Noch immer nicht. Die Kontrolle. Ist jemand krank? Noch nicht. Dann habe ich nichts gut. Die Dane kann auch draufhauen. Okay. Wir können die Krötenfalle verwenden. Nein, ich bin schon die Krötenfalle. Krötenfalle. Das ist verkrötenfalle. Und... Es wird gut. Wir rufen niemanden mehr. Wir werden ab. Wir rufen niemanden mehr. Wir werden ab. Wir müssen warten. Oder angreifen. Ich greife an. Boah. Gute Entscheidung. Wuhu. So, jetzt müsste es passen. Scheißenbrech. Wirklich. Entschuldigung. Aber es ist ja wahr. So. Oh, ja. Wuhu. Milie hat Level ab erreicht. Queen hat Level ab erreicht. Und Linie hat was erlernt. Das ist sehr schön. Das heißt, wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Wer hätte das gedacht? So. Die Federstiefel können wir weg. Die brauchen wir nicht mehr. Halt, da war was. Antirefleck. Die Edelbärle. Jawohl. Na gut. Und zurück. Ich mache jetzt nur einen flotten Speicher-Dingens. Also Speicher-Ritual. Heilen also Zelten durch, wenn ihr nicht zuschaut. Sie macht das ganz heimlich. Hört mich keiner beim Schnarchen. So. Perfekt. Äh, ja. Geht drauf. Na gut, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Viele lieben Dank fürs Durchhalten. Wir sind jetzt allesamt Level 50. Wir haben es hinbekommen. Das heißt, im nächsten Part geht's auf Zuckerland. Und, ähm, ja. Somit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend. Klickt ihr, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.